so jetzt könnt ihr alle einsteigen schön macht ihr das wir hätten heute einen Auftrag bekommen von dem Bauer Ludwig dass wir die Felder güllen sollen und mischt wegfahren das ist der Auftrag vom Bauer Ludwig und die Felder das sind ja wir fangen ja bei zwei an und hören dann irgendwann auf so jetzt können wir mal losfahren ich bin hier oben ich fahre überhaupt nicht Domi Fahr Stau ich war jetzt das erste Mal ich bin hier ich bin hier Ja, fehlt eins, ja Ja, ich fliege Ja, Sonneuntergang Nein, ich scholl mal jetzt auch Ich scholl mal jetzt auch eins Ja, ich scholl mal jetzt Ja, ich scholl mal jetzt Ich schaffe keine Treckergeräusche, keine Hupe Ja, ich sehe nicht mal, wann der voll ist Ja, ich verruf mich da, weil ich sehe nicht, wann der voll ist Oder ob der überhaupt was macht Ja, ich schaffe keine Ahnung Ja, ich schaffe nicht Das ist gut. Da sind auch noch kleine Felder, beide drei oben. Da wird sich aber der Bauer Ludwig freuen. Ja, mit dem Zollmi. 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 Wie man das kompliziert. Das sagt man so, gell. Man, ihr seid so verstrückt. Wie soll ich euch da aufnehmen? Was will ich da einweisen? Ich sehe einer. Ich sehe einer. Hurra. Ja. Jemand. Es. Ich sehe es. Ja. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ja. Ich bin hinter dir, ja. Du bist vor mir. Du bist für mich geschulmend. Du bist für mich done. FCuri Mariusiualdin. plead Ich möchte mich drallen. Ich bin Antworten von ihm. Das Wasser. Und jetzt deine Nach Holmanti. Ja, ich kann leider, ich höre leider nix mit der Hüte. Irgendwas stimmt, irgendwas stimmt mit meinem Ton heute nicht. Ja, ich höre euch schon, nur ich höre die Drecker nicht. Ja, habe ich, das liegt am Kopfhörner. Der hat einen Wackelkontakt. Warte, Lukas, bleib mal steh, bleib mal steh. Bleib mal steh. Steh, bleib mal. Dankeschön, nehmen wir mal zusammen. So, dann tun wir mal zusammen. So, hopp, 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 hopp. Wer ist denn der? Ja, schon kann ich aufnehmen dann. Soll ich das machen, dann mache ich das. Ich weiß nicht, wie viel ich drin hab, ich seh's nicht. Hopp, mach. Lukas. Synchron. Wieso? Ich bin so. Ich bin so. Wie kann ich hier nicht lieb, ich bin lieber. Okay. Soll ich hin. Ich bin so. ein bisschen bei der vier ach hier sieht man ja mal fremde namen jun war tust du auch ding machen weil ich sehe nicht alles ja weil ich sehe ich kann ich seh das nicht überall weil die sind so aufgeteilt das kann man ja zusammenschneiden ja du du ich brauche neues intro wo ich gucke ich weiß es nicht ich weiß ich weiß ich kenne genau ich kenne hier hoch ja fahrt du mal vor noch einer fertig du darf ich mal unterbrechen das kann man nachher besprechen mit dem max und dem andern wenn vier jahr ich mach gerade noch schnell hier wer denn das sieht aus wie bühla ich wollte ein komplett und ja was okay muss ich jetzt muss ich lernen da kommt was gefangen wer ist das da fahrt ein geist da fahrt ein geist ein geist hilfe ein geist ach das ist der mirko da fahrt ein geist da fahrt ein geist da fahrt ein geist da fahrt ein geist das ist dann fahrt sechs dann links 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 genau links und dann das ging aber schnell es wird doch geil wenn alles so hintereinander fülle fahren ich weiß jetzt nicht ich sehe nicht wie viel ich voll bin oder wie halb leer halb voll keine ahnung das nervt das liegt heute an die kampftechnik manche beim arbeiten bleibst du da dann was das uffild 13 naja lucas warte mal schnell alle uffild 13 ich weiß nicht wie viel was ich hab bleib doch stehen mir kurz ich frag ja Ich hoffe, das langt noch. Das ist voll schwer so aufzunehmen. Ich muss mich dann auffüllen. Ich muss ... Lukas, du wartest und ... Die anderen auch, ich muss zurück. Ich muss mich dann auffüllen. 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 Ich muss aufladen. Ich muss mich dann auffüllen. 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 Da ist ein Hahn. Ein Hahn. Ein Hahn. Ich verstehe nicht, wieso ich da nichts sehe. Das weiß ich nur du. Ich muss mich dann auffüllen. Ich fahre jetzt weg. Keine Ahnung, ob ich voll bin oder nicht. Ja, genau. Die Sendung habe ich sogar gehofft. Ich muss mich dann auffüllen. Ich muss mich dann auffüllen. Ich muss mich dann auffüllen. Da ist er, er ist er. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wo ist da noch jemand? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, ich bin leer Ja, dann... Dann würde ich sagen, dann fahren wir mal alle zum Hof Wir können ja nächstes Mal auf der Map dreschen oder was... Irgendwas machen da auch mit der... Dann machen wir mal ein Abschiedsfoto... Dann stellen wir mal die Trecke wieder dahin, wo es gestanden waren, am besten Dann können wir mal die Trecke wieder... Dann können wir mal die Trecke wieder... Ich bleibe auf den Stein. Dreh dich doch um. 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 Dreh dich doch um.